Ich freue mich sehr, Sie zur Ausstellung mit dem Titel Jean Cocteau und Metz seiner Stadt der Ewigkeit einzuladen. Sie findet am Porte des Allemands Boulevard Maginot statt. Sie findet von Dienstag bis Sonntag statt, von 14 bis 18 Uhr. Die außergewöhnliche Ausstellung zeigt die Verbindungen zwischen Cocteau und Metz, besonders durch seinen Begleiter Edouard Dermied. Wir entdecken diese Verbindungen dann durch Briefe, verschiedene Dokumente, Fotos, aber vor allem durch bildliche Werke, denn Edouard Dermied war auch ein Maler. Ebenso entdeckt man diese besonderen Verbindungen durch die letzten Werke von Cocteau in Metz, insbesondere 1962, die Bühnenbilder für die Oper Peleas und Melisande, die in Metz aufgeführt wurden und vor allem die Kirchenfenster der Kirche Saint-Maximin. Das Bild des Mannes mit erhobenen Armen im zentralen Kirchenfenster hinter dem Altar zeigt seine Erreichung des Himmels und seine Unsterblichkeit. Gut dieostätigkeit. gebacken